Hattest du schon mal ein Blind Date? Und du? Das ist ja jedes Date für mich ein Blind Date. Sehr, sehr, sehr krass. Das ist der Knaller. Ich lebe mit meiner Mutter zusammen. Geht nicht mehr. Ich bin eher etwas faul. Ich kann nicht. Und? Also ich trinke beiden, nur gemischt mit Cola. Richtig gut, dass ihr da seid zu einer unfassbar guten Folge von First Dates Hotel 2024. Prost! Hi, ich bin die Lene. Ich würde mich selbst beschreiben als positiv. Meine Freunde würden wahrscheinlich aber noch zickig hinzufügen. Meine Sehbehinderung schränkt mich größtenteils gar nicht mehr ein. Und jetzt stehen wir vor der Rezeption. Das, was ich sehe, ist schön. Ja. Ich mag deine Positivität. Ja? War auch ein langer Weg. Ja? War nicht immer so. Ich glaube, das First Dates Hotel findet für mich den richtigen Partner, weil ihr mehr über mich wisst als meine eigene Mutter. Lena ist zickig. Das könnte ganz interessant werden. Supergut möglich, dass Mike Heiter sich in sie verliebt. Da scheint ja so ein Typ Frau zu sein, auf dem er steht. Oh, okay. Alles klar. Ich bin ganz ehrlich. Ich erwische mich gerade dabei, wie ich so denke. Oh krass. Da will ich unbedingt zugucken. Das wird sicherlich super spannend. Was irgendwie eigentlich auch... Na gut. Also sie hat das Vox offensichtlich ziemlich viele Infos über sich zugesteckt. Sonst bekommt Vox ja nur so viele Zuschriften. Wenn nach Dreharbeiten mit Detlef Steves wieder das Ordnungsamt wegen Ruhe, wegen Lärmbelästigung gerufen wurde. Wie würde der Mann optisch aussehen? Haarfarbe, Augenfarbe, Hautfarbe komplett wurscht. Ich brauche auch Geld. Hauptsache gepflegt. Was ich gar nicht gerne mag, ist Glatze. Okay. Was ich auch nicht gerne mag, ist Brille. Mhm. Aber einen schönen Bauchnabel sollte er haben. Und ich finde das auch echt attraktiv, weil ich es halt selber nicht habe. Weißt du, was ich meine? Ich sage mal immer, das Auge isst dir mit. Definitiv. Und du gehst ja auch mit deinem Partner in der Kiste. Ja, ja. Oh, das ist aber ein trockenes Ding, du. Wenn man aus der Plätzchendose von Oma ausgerechnet die Dinkelkekse nimmt. Sie sucht sich einen Partner nach dem aus, was sie eben selber nicht hat. Nach der Logik ist es also überhaupt kein Wunder, dass Erik Sindermann ausschließlich nach Frauen mit einem halbwegs gesunden Menschenverstand sucht. Ach, gleich zwei. Zwei auf einmal. Zwei wilde. Ich bin Alex. Hi. Hi. Ich bin der Yunus. Wir haben uns mal in einem Shoppingcenter kennengelernt gehabt. Das war aber einfach per Zufall durch einen anderen Kollegen. Und ja, dann hat die Chemie halt zwischen uns gut gepasst. Der ist von Charakter her auch Gold wert. Wird auf jeden Fall lustig mit uns. Der kann aber sehr gut Frauen limitieren. Ja. Ah, mein Junus. Oh, her kommst du denn? Komm, lach doch nicht. Sag doch mal jetzt. Ich hab gedacht, oh. Warum schämst du dich? Was suchst du genau? Beide Frauen, oder? Ja. Ja, definitiv. Und warum dieses oder? Weil nur deutsche, dünne Kartoffeln auf Männer stehen können, oder was? Wie cool ist bitte allein, dass er das macht vor Kameras. Mega. Ja. Die Frage ist jetzt aber natürlich. Kann er alle Frauen imitieren? Und damit auch Kathi Karrenbauer? Oh oh. Das würde nämlich eigentlich gegen die Berufsehre verstoßen. Mit der Nummer tritt ja seit Jahren Mario Basler auf. Ich hab dich ganz kurz gefragt, warum ziehen hier eigentlich glückliche Pärchen ein? Ist ja richtig schön, wenn sie sich gegenseitig bei der Partnersuche so unterstützen. Wobei natürlich so ein bisschen Stress vorprogrammiert sein könnte. Die Gefahr des Konkurrenzdrucks liegt auf jeden Fall schon mal in der Luft. Oder wie man im Büro sagt, der letzte Muffin in der Teeküche. Wie lernst du Leute kennen? Sagen wir mal, der sitzt am anderen Ende der Bar und guckt mich schon die ganze Zeit an. Würde ich niemals mitbekommen. Spielt denn das Äußere bei deinem Gegenüber für dich eine Rolle? Dieses Oberflächliche fällt ja dann komplett weg. Meinen Traum anstelle ich mir sofort positive Ausstrahlung, offen und freundlich. Ich hab gehört, dass du wollte geschminkt werden. Dass du einmal nur so drüber guckst. Wenn ich mich schminke, dann gucke ich nicht immer, sondern ich fühle. Also ich mähe den dreimal links, dreimal rechts. Dann mache ich meistens auch ein Foto, um zu gucken, ob es gleichmäßig ist. Erstmal riesen Respekt dafür, dass sie mit diesem eingeschränkten Sehvermögen sich so gut schminken kann. Und es einfach auf so einem Top aussieht. Und wir wissen ja alle, dass es so viele gibt, die eben keine Probleme mit den Augen haben. Und trotzdem so aussehen wie Harald Glöckler nach einer verpfuschten OP. Also auf der einen Seite finde ich es total interessant, wie sie ihren Alltag meistert. Auf der anderen Seite ist es ja eigentlich fast noch viel schöner, wie, keine Ahnung, wie der Barmann mit ihr umgeht. Komplett ohne Berührungsängste und halt auch vor allem darüber, dass Ausstrahlung eben nicht allein von dem schöneren Äußeren kommt. Zusammen mitzumachen als Bros ist auf jeden Fall ein riesen Abenteuer. Man kann Lester was Frauen auch tun. Lester Check. Also Bro, was sagst du? Sieht gut aus? Wow. Also du siehst einfach. Perfekto. Wenn du eine Frau wärst, Bruder. I love you. Good luck. I love you too, muss du sagen. I love you too. Bist du aufgeregt, oder? Nein, gar nicht. Das höre ich selten. Nein, gar nicht. Ganz entspannt. Ich glaube, du lügst. Null. Ich bin null nervös. Ey, sag mal, wie toll sind denn bitte die beiden? Ich glaube immer, dass er nicht nervös ist. Wenn er seinen Bro zu Hause hat, den er mit I love you verabschiedet, was soll denn bitte passieren? Wenn du so ein stabiles Fundament hast, dann ist alles andere doch echt nur noch die Kirsche auf der Sahne. Oder wie man bei Schwiegertochter gesucht sagen würde. Mundgerechte Molkereiprodukte. Übrigens, die neuen Folgen sind wieder genau wie das alte Schwiegertochter gesucht. Ich verlinke euch die Folge mit der Schlagsahne hier. Unglaublich. Meine Vorstellungen, was passen soll. Sie muss sehr familiär sein. Sie muss liebevoll sein. Sie muss auch ein bisschen durchgeknallt sein wie ich. Reiselustig. Und dann passt das schon. Würdest du sagen, dass es wohl Ansprüche sind? Oh Gott, ey. Irgendwie bei Männern kriege ich immer Magenschmerzen. Ich auch. Kann man so eine Magic Mike Einlage auch mit dem Besen machen? So ein bisschen da rumstalt sehen? Ich würde das jetzt nicht nur hier im Urlaub machen. Mit Wildfremden einfach tanzen und sich bewegen. Wickel, 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 wickel. Okay. Und es war einfach sehr witzig. Jetzt schafft es einfach hier sogar die Angestellten zum Tanzen zu bewegen. Die bei Vox haben natürlich direkt geschaut. Haben sie irgendeine Stelle frei, in der es eben darum geht, die Kandidaten zu irgendwelchen peinlichen Aktionen zu animieren? Da wäre er natürlich in der engeren Auswahl. Aber Roland Trettl denkt ja noch lange nicht ans Aufhören. Soll ich den Stück zumachen? Ist ja nicht direkt geschaut. So ein bisschen so gefühlt, als würde mich jetzt mein Papa zum Traualtar begleiten. Hallo. Hallo. Hi. Alex. Lena. Also eine Datingpatron zu haben, die mich nicht sehen kann, ist schon natürlich ein sehr krass Gefühl. Da ich ja leider mein Aussehen nicht punkten konnte, habe ich versucht, mit ihr Gespräche aufzubauen. Das Erste, was ich bei Alex wahrgenommen habe, war die Stimme. Finde ich sehr attraktiv. Ist tief genug. Ich habe was für dich. Oh, das ist so ein Liebesfloss quasi. Ja, richtig. Das ist ein Blei-Date. Und wenn du in so eine Situation kommst, ja natürlich ist das erstmal sehr, sehr überraschend. Wie irre interessant ist das doch eigentlich, sich da auch mal selber anders wahrzunehmen. Und Gott sei Dank hat sie das Date mit Alex und nicht mit Ronald Schill. Sie hätte sich sonst einfach die ganze Zeit gefragt, welcher Hund da an ihren Füßen rumleckt. Das ist natürlich auch schwierig. Er muss jetzt mit was punkten, was er eigentlich noch nie gebraucht hat. Mit seiner Persönlichkeit. Hast du ihn schon gesehen? Nein. Um jemanden erkennen zu können, muss ich halt echt nah dran gehen. Alles gut. Aber er schreck dich nicht. Also ich gebe dir kein Küsschen oder so. So braune Augen. Kann man mitarbeiten. Ja. Da habe ich dann schon gesehen, dass er ein sehr hübscher Keal ist. Kann man mitarbeiten. Sie sah ja sehr gut aus. Dankeschön. Und größtenteils auch mein Beuteschema entspricht. Soll ich dich mitnehmen? Ja, gerne. Auf jeden Fall ein schönes Lächeln. Und ich finde, irgendwie öffnen doch hier beide die Augen auch in Sachen Vorurteile. Nur wer halt Alex zuvor so ein bisschen auf Player gemacht hat, wenn sie mit anderen zusammen waren. Was heißt das genau? Nichts. Was soll man dazu sagen? Ich finde es einfach nur echt schön. Und genau deswegen mag ich diese Sendung hier so. Was hat man denn sonst, dass man im Vorabendprogramm eine Gänsehaut bekommt? Das passiert sonst nur bei der Moderation von Kai Pflaume und nicht auf die gute Art und Weise. Traummann eventuell schon gefunden hat Claudia. Konnte nicht gleich einschlafen. Es war wirklich so wow. Mann, du kannst gut geschlafen. Ach, du hast mir viel geraubt. Jetzt müssen wir uns gegenseitig einen Brief schreiben. Ich war überrascht, wo die Claudia sich dann ad hoc auf meinen Schoß gesetzt hat. Geht's noch bei dir? Ja, ich kann noch halten. Ja, alles gut? Kannst du mit Stellung noch halten? Ja. Jetzt wirst du aber gierig, was? Die hat mich richtig mitgenommen. Ja, prickelnd. Das ist kein Chaolo. Kann man mehr? Falls ihr Claudia und Gerald nicht mitbekommen haben solltet, weil zuckersüß, verlinke ich euch hier. Die große Frage ist jetzt nur, warum hat er gerade hier ein Porträt von Jamila Rowe gezeichnet? Aber gut, mit dem Stiften der Hand die Stellung halten. Nein! 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 Der ist ja komplett überrascht, dass er dafür Glück hatte. So müssen sich hier die Hotelangestellten und vor allem auch der Chauffeur, wie ich in den Kommentaren gelesen habe, nach der Sendung fühlen, wenn sie wäschekörbeweise Liebesbriefe erhalten. Hattest du schon mal ein Blind Date? Nein. Okay. Du? Also wenn du so willst, ist es ja jedes Date für mich ein Blind Date. Sorry. Ich finde das schon echt witzig, wenn man eine blinde Person fragt, hattest du schon mal ein Blind Date? Wie ist das so ein Leben, wenn du alleine zurechtkommst? Wie ich das mache. Auf jeden Fall. Für mich ist das alles so normal. Es ist tatsächlich so, wenn ich Besuch erwarte, dann frage ich meine Mutter, ob sie immer vorbeikommt und nochmal alles kontrolliert, ob wirklich alles sauber ist. Ich habe da wirklich mega Respekt vor dir. Ja. Müsst du mal probieren, was sie hingelegt hat? Warte, ich schneide das mal am besten klein. Ich finde das so niedlich, dass er das Brot klein geschnitten hat. Und da hat man auch wieder gemerkt, wie sehr er mitdenkt. Und das finde ich gut. Ich finde das so unfassbar attraktiv. Was für ein zuvorkommender netter Kerl. Gott, ich überlege gerade, wenn ich meine Mama fragen würde, ob sie mal in meiner Wohnung gucken kann, ob alles ordentlich ist. Völlig egal, wie aufgeräumt es ist. Sie würde garantiert mehr unsaubere Dinge finden, als die Ermittler in den Akten zu Wirecard. Die Mutti sucht nach Dreck. Also im Prinzip genau das, was auch die Menschen machen, die für das Casting bei Make Love Fake Love verantwortlich sind. Ich bin Katrin. Ja, Schusshühnchen ist ja echt geil. In der Vergangenheit hatte ich schon mal, dass ich jemanden gedatet habe und dann erfahren habe, dass er gegen Hunde allergisch ist. Das war dann das Letzte. Ich möchte auch einen Mann, der selbstständig ist und der mir ein Gefühl von Sicherheit gibt. Bist du auch mal ein bisschen befreit, oder? Ich weiß nicht, wie man so anhängst und was rumkläfft, oder? Ja. Hör ich einen Kläffen die ganze Zeit? Ja, aber es sollte gleich auch aufhören. Ey, niedliche, coole Augen guckt, so ein bisschen treu doof und eine kleine Spur zu Vorlord. Aber genug jetzt von Roland Trettl. Der Hund von Katrin ist wirklich richtig süß. Sie hat im Hotel zuvor angefragt, ob das was extra kosten würde. Sie hat auch felsenfest versprochen, dass der Hund nicht mit dem Bett schläft, sondern dass es für ihn ein extra Bettchen gibt. Mit exakt der gleichen Anfrage fragt auch immer Valentina bei Unterkünften nach, ob er Freund Can bei ihr im Zimmer übernachten darf. Ich mag das nicht so unaufgehörig, gar nicht. Ich merke so richtig, wenn ich jetzt mal eine Woche lang nicht geschafft habe, den Haustier zu schmeißen, dann nehme ich mir den Samstag, mache die ganze Wohnung und dann merke ich richtig, wie gut drauf ich bin. Das ist auf jeden Fall ein dickes Pluspunkt. Kannst du dir eigentlich vorstellen, eine Familie zu gründen? Aber da muss man sich sicher sein. Bei Heiraten muss man sich wirklich 100 Prozent. Du kannst sich nächsten Tag mal sagen, geht doch jetzt nicht mehr. Sie strahlt sehr viel Freude aus, viel Energie und benimmt sich einfach ganz normal, als wäre sie eine junge Frau ohne Beeinträchtigung. Und sowas respektiere ich sehr. Und Alex hat vollkommen recht, bei einer Hochzeit gibt es einfach kein Direktticket zurück. Das heißt, die Ehe ist damit der Flughafenstreik des Lebens. Bei Alex zeigt sich doch einfach, dass dieser Spruch, dass man ein Buch niemals nach dem einen Band beurteilen soll, dass er vollkommen richtig ist. Auf den ersten Blick und wie er sich das schon auch so ein bisschen gegeben hat, war so ein typischer cooler Instagram-Boy. Aber hier bei deinem Date merkst du doch einfach sofort, dass so viel mehr als Muskeln und Haargel in ihm stecken. Schon etwas länger im Hotel ist das Vater-Sohn-Gespann Andreas und Patrick. Mein Kind. Ich hab ein neues Gesicht gesehen, hab ich da, oh, attraktive Frau. Alles unter 23 Grad Wassertemperatur ist für mich ja eigentlich schon. Ich bin absoluter Warmduscher, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, jetzt hast du mich aber angespritzt. Na sowas. Das war einfach nur Wahnsinn. Danke. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mit Max geflirtet habe, möglicherweise. Ich bin sehr kompliziert, glaube ich. Es fängt schon beim Essen an, dass ich da sehr kompliziert bin. Das hört auf bei der Wahl des Partners. Es gibt manchmal so Kleinigkeiten, die mich nerven und dann ist eigentlich schon vorbei. Also ich bin, glaube ich, der ungeduldigste Mensch, den es gibt. Ich hasse auch Unpünktlichkeit. Oh, der Patrick. Bringt hier direkt mal eine ganze Palette an Anforderungen mit, dann darf er eigentlich auch nicht in andere Dating-Sendungen gehen, was er schon gemacht hat. Weil da sind die keine Daten, einfach noch ziemlich oft, haben wir mehrfach gesehen, noch im vergangenen Jahrhundert unterwegs. Achso, übrigens, wenn euch First Dates Hotel auch so gut gefällt, dann würde ich mich jetzt schon freuen, bevor es gleich weitergeht, wenn ihr mir nen Daumen nach oben gebt und natürlich auch ein Abo mit Glocke da lasst. Danke für den Support. Weiter geht's. Ich bin eigentlich überhaupt kein Kleidmensch. Und damit es auch alles perfekt sitzt, habe ich auch eine Bauch-Weg-Unterbuchse an. Die geht bis unter die Brust tatsächlich und halt in den Hintern rein. Aber egal, Hauptsache der Bauch ist bisschen flacher und das sieht gut aus. Da könnte dein Gegenüber schon mal in Schwitz kommen. Ja, das will ich ja wohl hoffen. Oh, der Roland. Er wollte sie eigentlich zum Tisch begleiten, aber er war einfach so begeistert von ihrem Outfit. Er musste erst mal den ganzen Sabber, der eben gerade aus dem Mund gelaufen ist, wegwischen und hat deswegen leider keine Zeit dafür. Da hat die Bauch-Weg-Unterwäsche also offensichtlich hier direkt Wirkung gezeigt. Roland macht einfach solche Stilaugen wie das Finanzamt Dienstlaken, während der Wendler ankündigt, wieder irgendwelche Konzerte in Deutschland zu geben. Ich muss auf jeden Fall mal aus dem Klo. Wenn du möchtest, ich bring dich da hin. Ich mag Männer, die die Frau an die Hand nehmen und wir machen das jetzt. Nimm deine Tasche hier, ich geb dir deinen Stock, wir gehen jetzt. Ich nehm deine Hand, ja? Also fühlt man sich auch sehr sicher dann? Das Herz hat sie auf jeden Fall, merkt man sofort. Und äh, ich würd, ich weiß es nicht. Okay. Also ich hätte mir ein zweites Date mit Alena gut vorstellen können, weil sie vom Charakter her, von der Art ist und äh, von der Denkensart so wie ich bin. Nur halt durch ihre Säbe hinhauen, das würde mich selber, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ähm, mitnehmen, weil es beschäftigt mich eh schon die ganze Zeit und äh... Alex fand das Date toll, hat aber einfach Bedenken aufgrund ihrer Säbeeinträchtigung. Er ist ehrlich, das macht was mit ihm. Und ich find's auch gut, dass er jetzt nicht einfach ihre Hoffnung macht und sie dann absolviert, wenn die Kameras aus sind. Wenn wir uns alle mal an die eigene Nase fassen, wahrscheinlich wird's vielen auch in so einer Situation ähnlich gehen. Und Leute, wenn sie so ist wie Alex nun weiblich, dann wird sich Yunus ja in Lichtgeschwindigkeit auf sie stürzen. Ey, sorry, ich kann nicht, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich hab da so Respekt vor, wirklich. Ich kenn die Situation, die sagen mir die wirklich nicht. Nein, alles gut, alles gut. Ich hab da so Respekt vor und äh... Vielleicht würdest du damit nicht so gut umgehen können und weißt das schon und würdest das mir zuliebe dann nicht machen, so. Ich werde elektrik weinen, das werde du sehen. Aber was soll ich machen? Würde ich das jetzt verstehen. Hätte mich sehr gerne nochmal mit dir getroffen. Also ich glaub, ich seh das ähnlich wie du. Ich hätte dich aber trotzdem gerne wieder gesehen, das schon, ja. Jetzt probiert sie ihm auch noch das schlechte Gewissen zu nehmen. Und machen wir uns nichts vor, Ablehnung findet nie irgendjemand schön. Und sie hat vorhin ja auch gesagt, das hat eine ganze Weile gedauert, dass sie überhaupt so positiv an alles rangehen kann. Das kann ich komplett nachvollziehen. Deswegen, also Lena, ganz, ganz großen Respekt. Seit gestern mach ich nichts anderes mehr. Hoppa, ey, ja, nee. Wen hast du schon kennengelernt? Den, der stript. Man sagt ja, gute Tänzer sind gut im Bett. Was denkst du jetzt von mir, wenn du gesehen hast, wie ich den Holler-Hub-Reifen? So besitzen kann ich gar nicht sein, ja. Laut seiner eigenen Aussage, ne. Dann wollen wir denen mal Glauben schenken. Sorry, aber Roland wird irgendwie von Folge zu Folge so ein bisschen unangenehmer. Die haben ja angeblich schon probiert, ihn zu verkuppeln, damit er so ein bisschen ruhiger wird. Aber die einzige Frau, die unangenehmer ist, datet nur Männer, die 30 Jahre jünger sind. Außerdem hat Claudia Obert gerade einen Freund. Roland muss also weitersuchen. Es ist völlig klar, dass der Roland auch noch ein Statement über seine Qualitäten hier von sich geben muss. Einfach so ein typisches Statement, nach dem niemand gefragt hat. Oder wie es bei Promiflash heißt, Berufsgrundlage. Kathi, freut mich. Freut mich auch. Wer kommst du? Aus Wien, du auch? Ja. Ich bin ehrlich gesagt nicht so eine Weintrinker. Gar kein Weintrinker? Nein, nein. Also ich trinke Wein nur gemischt mit Cola. Das will ich hier nicht trinken. Man kann Wein nicht so verschandeln. Schlimmer wäre, wenn der Shampooswein warm ist. Und mit Cola trinken. Ganz ehrlich, das darf ich in meiner Familie nicht laut sagen. Magst du Hunde eigentlich? Ich hab sogar einen. Hast du ihn auch mit? Nein, nein, nein. Wo es dann natürlich problematisch werden könnte, wenn man beide Hunde zusammen in einen Haushalt gibt. Alles klar. Also Wein mit Cola würde ich jetzt auch mal sagen, ist eine ungewöhnliche Mischung. Gibt vorbei, ne? Es glaubt auch keiner, dass Jenny Elvis und Yassin zusammenpassen. Und wenn man sich die Dating-Historie der beiden so anschaut, dann ergeben Cola und Wein einfach noch mehr Sinn als die beiden. Kannst du twerpen? Notenpropos war keine Rolle, ich weiß, dass du das kannst. Ja, ja, ja. Oh, bombe! Ich bin Single, weil ich die Frau noch suche, die mit mir noch die richtigen Interessen teilt. Ich bin so ein Mensch. Ich brauche immer, dass mein Freiraum. Bin ein bisschen noch aufgeregt. Eine Skala 1 bis 10. Eine 9 plus. Kannst du einen Hunde-Hop-Reifen bewegen? Für mich kein Problem. Du verarschst dich, oder? Ich bin beweglich. Aha, also bevor die Gäste das Restaurant betreten dürfen, müssen sie erst mal die Frage beantworten, ob sie gut ihre Hüften kreisen lassen können oder twerken. Genau die kleinen Fragen wurden einfach auch den Assistentinnen von Julian Reichelt gestellt, bevor sie eingestellt wurden. Yunus befindet sich also in der Skala bei einer 9 plus. Das ist übrigens eine Note, die nach meinen Geometrie-Klausuren an der Schule bei uns eingeführt wurde. Ich hätte hier jemanden, der einen Hula-Hop-Reifen so verschwingen kann. Er hat mir die Bewegung schon mal gezeigt. Kannst du die auch nochmal zeigen? Also ich fand sie sehr hübsch. Also sie ist auf jeden Fall ein hübsches Mädchen. Sie hat auch ein ganz gutes Kleid an. Sehr schön. Also bei Michelle fehlen ihm komplett die Worte. Legt allerdings nicht an ihr selber, sondern an dem Zettel, den Roland eben vorhin zugesteckt hat. Der mit der Frage, ob Yunus ihm seine Hüftbewegung nochmal im Hotelzimmer privat zeigen könnte. Ja natürlich, direkt mit kreisenden Hüften den Raum betreten. Ist auf jeden Fall mal ein Datingbeginn, den man vielleicht einfach mal probieren sollte. Dieses Hula-Hoop-Thema lässt den Roland irgendwie einfach nicht los. Ein Indikator für guten Knick-Knack. Oder wie man bei Aito sagt, Follower-Anzahl. Da bin ich. Wen habe ich da? Ich bin Isabella. Ich bin gerne in der Natur. Also gerne im Biergarten oder auf Weindörfern. Ja, noch vieles, vieles mehr. Ich sage, was ich denke. Ja. Bist du bereit für deine neue Liebe? Ja. Krachen lassen will es heute Andreas. Mein Vater hat jetzt für First Dates sich ein paar neue Klamotten zugelegt und hat sich dann sozusagen bei mir Unterstützung geholt. Zum Glück. Naja, zu knöpfen wäre vielleicht nicht schlecht. So habe ich meinen Vater gar nicht wiedererkannt. Ein neues Outfit für ein Date besorgen. Oder wie Ballermann-Rapper Giuliano sagt, hoffentlich wurde der Alt-Kleider-Container noch nicht ausgeleert. Bist du bereit für deine neue Liebe? Ja. Sich auf Kommando freuen. Das kennt jeder, wenn die Nichte auf der Familienfeier irgendwas auf der Blockflöte vorspielen möchte. Stell mal deinen Arm aus. Kärtchen. Warum? Da steht Love drauf und das ist Silber. Ich habe mich wirklich extrem gefreut. Kochst du denn auch öfters? Ich sage dir ehrlich, ich koche ungern. Jetzt weiß ich nicht, ob ich damit umgehen kann. Ich bin ja auch gelernter Koch, ne? Na, da bin ich dabei. Geil. Aber du kannst kochen. Mhm. Ist noch keiner tot umgefallen. Kannst du mich dann irgendwann mal bekochen? Mit Sicherheit. Yunus verschenkt einfach direkt Marmonischmuck beim ersten Date. Das macht er eigentlich immer, seit er herausgefunden hat, dass man bei Wish einen Mengen Rabatt auf Produkte erhält, wenn man sie im Hunderterpack kauft. Ich finde sie so witzig, auch wenn sie sich tatsächlich so einen Tackenzuseher hier für andere Reality-Sendungen bewirbt. Aber sie freut sich darüber, dass er für sie kochen könnte, weil sie es eben nicht kann. Und genau aus dem gleichen Grund wurde Roland Trettl immer wieder in der Nähe von Hula Hoop-Kursen gesichtet. Der potenzielle Partner kann ja die eigenen Mängel wettmachen. Hände haltend marschieren sie ein. Das war der Oberhammer. War echt gut? Ja. Wie es mit uns weitergeht. Ich nehme dich jetzt mit. Fernsehgarten-Zuschauer auf dem Weg zur Aufzeichnung zu ihrer Allwetterjacke. Tolles Charisma soll Isabellas neue Liebe haben. Ich will nicht immer alleine bleiben. Da habe ich keinen Bock drauf. Bier ist hot. Ja, du bist hot. Ja. Suppenhuhn. Hallo. Hallo. Da springe ich gleich runter. Die hat schöne Augen. Ich glaube, ich habe dich heute schon gesehen. Kann das sein? Auf dem Balkon? Sitzen? Ja, kann sein. Da hatte ich was Buntes an. Oh. Das zeugt davon, dass man sich richtig den Kopf macht. Weißt du? Genau, stimmt. Andreas hat sie zuvor schon auf dem Balkon gesehen. Und spätestens Zeit prominent getrennt Jakob, wissen wir. Beziehungen, bei denen man sich vorher schon heimlich beobachtet hat, können durchaus halten. Andreas hat sie vorhin gesehen und wusste schon, dass sie sein Date ist. Er hat einfach die Produktion durchschaut und wusste, was sie vorhaben. Exakt so geht es übrigens auch den Bachelors und den Kandidatinnen, wenn die Redakteurin kübelweise Batida de Coco in die Villa schiebt. Machst du Sport? Also, ich halte mich fit mit Tanzen. Kannst du mir vielleicht was beibringen? Ich guck mir das erst mal an. Ich mag das, wenn man mir was vorführt. Ja, du willst, ich kann auch für dich, äh... Strahle ich das aus, dass ich das gut finde? Du bist jetzt der Zweite. Das ist so so. Er würde also auch für sie tanzen. Wäre er weiblich halb so alt und hätte lange Haare? Massimo Sinato hätte schon längst die oberen Hemdknöpfe geöffnet und würde die El Corio für den Contemporary zusammenstellen. Was war bis jetzt immer optisch so dein Fall? Auf jeden Fall dunkle Haare. Bart. Einfach Zimmernummer draufschreiben. Darf dich einladen, ja. Das ist sehr lieb, danke schön. Was hat deine Zimmernummer? Der Abend ist vergangen wie 10 Minuten. Es ist so, dass ich gestern am Abend Michelle kennengelernt habe. Und da empfand ich einen sehr starken emotionalen Vibe. Mir persönlich hat ein bisschen diese Schmetterlinge im Bauch gefehlt. Du wirst lachen, ich hab genau das gleiche gedacht. Okay, perfekt. Sehr gut. Hatten wir schon in den vorherigen Folgen gesehen, ganz oft finden die Kandidaten hier andere Menschen, die einfach noch besser zu ihnen passen als die eigentlichen Dates. Ey, das machen die hier bei Vox schon echt ganz schön perfide. Also die Planung, wer wo wann sein Date hat und dass die anderen das dann auch mitbekommen. Und jetzt sieht halt der Bernhard die Michelle und empfindet genau das Gleiche wie ich, wenn ich auf dem Weg ins Fitnessstudio meine Couch sehe. Man sieht sofort, wofür das Herz eigentlich schlägt. Und? Das macht mich richtig glücklich. Das ist die Schale. Das ist die Schale? Ja, ja, du musst nur die Dinger nehmen. Ich hab die einfach mitgegessen. Du lebst alleine? Ich lebe mit meiner Mutter zusammen. Okay. Warum? Ja, sie ist nicht mal so fit, so weiß, warum ich unterstütze sie. Finde ich aber gut. Guter Sohn. Ja. Ich glaube, ich würde mich auch um meine Mama kümmern. Natürlich. Aber ich würde nie wieder mit ihr zusammen wohnen. Geht nicht. Was ist deine größte Schwäche? Ja. Ich bin eher etwas faul. Oh, schön, jetzt wird's gemütlich. Du bist faul? Er hat nicht ernsthaft die Schale von der anderen aus gegessen. Also, aber immerhin, er isst die Schale nur und er trinkt nicht aus einer. Das können wir ja auch. Und Maurice hat damals für die Schale ja auch ordentlich Helme abbekommen. Aber woraus soll er denn bitte seine Kohle auch trinken? Aus dem Nudelsieb ist sie ja auch immer sofort rausgelaufen. Dass er sich um seine Mama kümmert, das ist super. Für Michelle ist es aber irgendwie trotzdem so ein Abtörner, dass er bei ihr wohnt. Die Mama ist einfach ein bisschen zu präsent im Leben. Daniela Katzenberger fühlt das irgendwie sehr. Was machst du so? Ich verreise gerne. Schön. Scheint keine ängstliche Frau zu sein. Also man muss dann auch schon ein bisschen, ja, Hintern in der Hose haben. Wie hast du, Kinder? Ich habe einen Sohn, der ist auch hier. Jetzt ist mein Traum wahr geworden. Nein. In der Poolbar zu sitzen und von dir ein Getränk gemixt zu bekommen. Ich durfte tatsächlich auch die Datingpartnerin von deinem Vater kennenlernen. Ich bin ja von Natur aus ein sehr neugieriger Mensch. So still stand war er nicht. Isabella ist eine mutige Frau, weil sie einfach auch gerne allein auf Reisen geht. Irgendwie stimmt das eigentlich für alle Menschen, die mit dem Flix-Bus oder mit dem Flix-Train verreisen. Ist kein Scheiß, ich bin nach Berlin gefahren, der Zug musste irgendwo anhalten. Dann hieß es, hier geht mal alle eine halbe Stunde raus, dauert eine Weile. Es gab Probleme auf den Gleisen und dann fünf Minuten später hieß es, hier alle wieder zurückkommen. Es geht weiter. Dann habe ich nachher die Zugbegleiterin gefragt, sag mal, ihr habt doch gesagt eine halbe Stunde. Was ist, wenn jetzt irgendwelche Leute fehlen? Dann meinte die, es fehlen ja nur zwei Leute. Ist doch eigentlich ein guter Schnitt. Was? Das ganze Gepäck war da im Zug und die sind jetzt einfach irgendwo so mitten in der Pampa, in einem Kuhnest, weil der Zug da außerplanmäßig halten musste. Also unfassbar, oder? Dein Zimmer sieht aus wie Sau. Ja, mein Zimmer sieht aus wie Sau. Du könntest da jetzt keine Frau hin einladen? Nein. Wo soll ich denn da hin? Sorry, aber ich kann nicht. Ich finde, ich hätte es ja nicht sagen sollen. Muss ich sagen, dass ich auch ehrlich war. So, und ich habe dann einmal die Rechnung für euch. Glaube ich, dass wir nicht auf dem gleichen Level sind. Ich bin 30 und ich möchte leider nicht bei jemandem im unaufgeräumten Zimmer sitzen. Bei der Mama. Der Funk hat noch nicht so ganz gereicht. Hat einfach nicht gepasst. Dass er sich um seine Mama kümmert, das finde ich richtig toll. Aber das hier, Yunus hat also einen Saustall und ist einsame Spitze im Wettmelken. Aus der Reihe Sätze, die wir bei Bauer sucht Frau zumindest mal einigermaßen okay finden. Aber hier? Yunus war ehrlich, aber manchmal muss man vielleicht so ein bisschen aufpassen, wie viele ehrliche Fakten man einfach direkt zu Beginn raushaut. Du gehst ja irgendwie auch nicht in ein Vorstellungsgespräch und berichtest, dass du während der Arbeitszeit den Candy Crush Rekord der gesamten Belegschaft hier eingestellt hast. Bist du braun? Hast du schon im Urlaub? Ich bin halb Italienerin. Italienische Frauen, die haben Stil. So einen leichten Touch von Vertrautheit. So, wollte ich dir vorhin schon sagen, guck mal, ich geb dir das mal für deinen Sohn. Bringt ihm vielleicht auch noch Glück. Das finde ich so gut. Das zeigt mir schon, dass sie so Interesse hat auch an meinem Sohn. Ich würde gerne ein zweites Date wollen. Mir fehlte noch so ein bisschen das Gefühl. Ich möchte auch gern ein zweites Date. Guck mal, wie cool ist denn der Andreas bitte? Da hat er gerade nochmal so sein zweites Date bekommen. Isabella will schauen, ob sich da gefühlstechnisch noch irgendwas regt. Übrigens für genau das Gefühl muss Dieter Bohlen in der DSDS-Jury Teilnehmer einfach beleidigen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich fühl's nicht. Er ist irgendwie so warmherzig und sie so ein bisschen reserviert hat zumindest, oder? Das mit dem Geschenk finde ich richtig toll. Das ist auf jeden Fall eins, was für so einen Aha-Effekt sorgt. Kann man erst mal gar nicht so glauben. Also, wie wenn junge Liberale erfahren, dass ein Mercedes CL500 überhaupt gar kein gewöhnliches Geschenk zum Abitur ist. Das Date war sehr angenehm. Ja, sie möchte wie ein Prinzesschen behandeln. Ja, da bin ich raus. Ja, spannend gewesen. Sie hat wirklich ein sehr, sehr großes Herz. Sehr, sehr offen, sehr lustig. Ja, es gibt halt nur einen Haken. Sie ist blind. Also, sie ist, sie kann nichts sehen. Boah, das ging mir echt nach so, das ist schon echt heftig. Boah, normal. Das ist richtig cool. Man heult wegen so Kleinigkeiten, weißt du? Oh, wir haben Kopfschmerz, wir haben Fieber oder sonst was. Gerade wir Männer, ja, liegen wir eine Woche flach oder sonst was. Sie redet darüber, als wäre nichts, weißt du? Sie ist einfach eine Kämpferin. Auch wenn nichts draus geworden ist, ist doch super, dass er sagt, sie hätte ihn zu einer neuen Sichtweise angeregt. Aber auch Yunus hat ja auch durch sein Date was gelernt. Nämlich nie wieder über sein unaufgeräumtes Kinderzimmer sprechen. Ah, okay. Also, Yunus behauptet hier, es wäre nichts geworden, weil sie zu hohe Ansprüche hätte. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, wenn es schon ein zu hoher Anspruch ist, dass die Partnerin einfach keinen Bock drauf hat, in einem unaufgeräumten Zimmer rumzusitzen. Also, weiß ich jetzt auch nicht. Ich bin der Michael. Ich war früher Artist. Ich habe mich dann aber wirklich fürs Backen entschieden, weil mir das doch einen Ticken noch mehr gefällt. Tutti, bäckst du eigentlich nur gern Kuchen oder isst du auch gern Kuchen? Ich tue auch gern Kuchen essen. Ich war im ersten Moment extrem schockiert. Muss man Mann oder Frau heiraten? Äh, Mann. Sofort hin und weg bin ich tatsächlich, wenn er richtig schöne Hände hat, einen Bart hat und auch Haare. Das letzte Mal, dass jemand so eine dramatische berufliche Neuorientierung gemacht hat, das war, als Ralf Schumacher seinen Job als Rennfahrer an den Nagel gehängt hat. Und jetzt zieht er ja lieber den Leuten mit der Wir-kaufen-dein-Autowerbung die Kohle aus der Tasche. Jetzt gucken wir mal, was aus den Dates geworden ist. Ja, Alex und ich sind ja dann mit Yunus zusammen auch dann wieder nach Deutschland geflogen. Und es ist so eine... Ach, es ist einfach so cool. Das sind wirklich zwei herzensgute Menschen, auch wenn es mit uns nicht geklappt hat. Und von dieser Stelle aus Grüße an euch. Und jetzt schaut mal, wer bei mir ist. Hallo ihr Lieben. Ja, Servus. Wir haben uns am Flughafen einfach wieder getroffen. Ja, Michelle konnte dem Wiener Schmier einfach nicht wieder stehen. Seine Tanzanlage scheint er ordentlich hier Eindruck gemacht zu haben. Richtig überzeugt war sie allerdings dann erst nach seiner dreistündigen Hula Hoop Session. Sind das auch ein bisschen stur? Das kann für einige Männer manchmal ein bisschen anstrengend sein. Ihr seid zu zweit. Wir sind Geschwister. Ja. Wenn das Gefühl aufgeht, was ich gerade hab, dann wird es eines der Traumpaare. Really? Okay, alles klar. Eines der vielversprechendsten Dates steht bevor. Oder wie Mike Heiter sagt, normaler Mittwochnachmittag. In kommender Woche geht es also wieder darum, wer findet die große Liebe oder wer geht nach Hause. Und das Einzige, was man mitnimmt, sind die unangenehmen Kommentare von Roland Trittel. Wollen wir natürlich nicht verpassen, deswegen unbedingt jetzt ein Abo mit Glocke da lassen. Daumen nach oben wäre toll. Und ich weiß, viele aus der Hardcore-Trash-Bubble mögen das nicht. Deswegen holt euer Handy raus und teilt das Video mit einem über WhatsApp, wo ihr sagt hier, der Person könnte es auch gefallen, wäre mega. Die ganzen Folgen gibt es alle auf RTL Plus. Link ist in der Beschreibung. Was sagt ihr dazu, dass Alex eben nicht damit umgehen kann, dass Lena erblindet ist? Das Date war der Knaller, oder? Ich bin so, so gespannt, dass er dazu schreibt. Vergangene Woche hat David einfach einen Doppelkorb bekommen. Müsst ihr sehen. Und wer Bock auf noch ein bisschen mehr Trash hat. Schwiegertochter gesucht ist zurück und das Sarnigate ist unglaublich. Also, das heißt, wir sehen uns gleich hier. Ja. 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 Ja.